Und schon wieder zurück zu Horizon Zero Dawn. Jetzt sind wir wieder ein bisschen beruhigt, das wäre schön. Obwohl es ehrlich gesagt nicht danach aussieht. Da sind noch einige teils unschöne, teils schöne Termine. Aber gut, ist ja immer so. Na gut. Wir sind im eisigen Norden. Wir haben ein Banditenlager befreit, sind theoretisch bereit, den Anführer herauszufordern. Aber erstmal werden wir uns mit den drei Jägern treffen. Die haben nämlich noch einen Kamm vor sich. Eine Eule. Warum sind die Bäume hier, guck mal da, obwohl, ah, ich glaube ich weiß woran das liegt. Die Bäume hier sind ein bisschen bewachsener, die Bäume hier sehen ziemlich kahl aus. Sieht aber daran, dass die so nah hier am Wasser stehen. Und dieses Wasser, das haben wir ja schon auf der Karte gesehen, das ist dieses, weiß gar nicht was, Schwefel? Ist das Schwefel? Es müsste Schwefel sein, ja. Sieht ein bisschen aus wie das Kinderbecken im Schwimmbad. Hier drin baden gehen ist bestimmt genau die richtige Entscheidung. Ich meine, es ist wahrscheinlich vergleichsweise warm. Aber so richtig lecker ist auch nicht. Da sind auch schon wieder die Keisire. Hat man immer nicht rausgefunden, wo der größte von denen steht, der Old Faithful. Hier sind wir ja auch schon gewesen, ne? Hier haben wir ja alles durchsucht. Das war ja das Besucherzentrum, das wir uns schon angesehen hatten. Da vorne steht der Turm, der ist aber kaputt. War das der? Nein, sicher nicht der. Wir hätten ja nicht ihr Besucherzentrum direkt auf dem Geisir gebaut. Da ist die Herde. Alle bereit? Im Ernst? Wir sind stets bereit. Los geht's auf sie Feuerfäuste. Nein, grauenhaft. Ein ziemlich schlechter Name. Netter Versuch, Urkai. Vergiss es. Lass uns was umlegen. Den Dax da vielleicht? Oder ist der Dax einer von uns? Es sieht gerade schwer danach aus, ne? Also würde er hier auch die Augen offen halten. Okay, was haben wir denn da? Eins. Zwei. Nein, nicht den Kontrollturm, bitte. Na gut. Da hinten ist noch ein Wächter. Ja, lauf schnell weg, Dax. Ho, 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 ho. Oh, ja, ja. Ah, I see you. Bringen wir es hinter uns. Hui, wo kommt es denn her? Das warst du, oder? Au. Waren das wirklich alle? Hier ist doch mindestens noch ein Pyrscher unterwegs, oder? Oh. Halleluja. So. Ist der Turm wieder aktiv? Nee. Oder? Nein, 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 nein. Man kann den auch nicht überbrücken. Nee, nee, der ist, äh... Warum auch immer da oben das Ding da schon wieder... Vielleicht würde das nochmal irgendwie eine Explosion verursachen, die irgendwas... Aber das ist ja jetzt für uns irrelevant eigentlich. Boah, dieser Schnee. Weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber mir geht's besser. Aloy, hast du das Bauteil? Jupp. Und ein Teil weniger. Noch eins, dann könnt ihr's Burgren zurückzahlen. Es fängt an, sich echt an zu fühlen. Ich glaube langsam, dass wir es hier wirklich wegschaffen. Ich dachte, dass wir keine Woche ohne Nukoni schaffen würden. Aber seht uns an. Wer ist Nukoni? Nukoni... Nukoni war eine Freundin von uns. Sie forderte den Häuptling heraus für... für den Verak. Sie schafft das nicht. Nein. Wenn du die Geschichte erzählst, dann richtig. Sie wurde umgebracht. Seid ihr deshalb fortgegangen? Wegen der Sache zwischen Nukoni und dem Häuptling? Ohnekut wusste, Nukoni war unsere Mentorin. Unsere Freundin. Wir mussten gehen. In dieser Nacht schlichen wir ins Lager, packten unser Zeug und gingen. Wie Feiglinge. Was sind wir, Tatai? Wir sind Banuk, oder? Überleben und siegen. Das tun wir. Aber sie nicht. Kommt mir das nur so vor? Oder klingt Alois Stimme gerade wirklich so, als wäre sie hinter einem Tuch verschwunden? Kann auch Einbildung sein. Ich versuche da mal drauf zu achten. Nukoni forderte ihn heraus? Warum? Ohnekut schmückte sich mit Macht und Autorität, wie andere sich mit Edelsteinen schmücken. Wenn man ihn die Füße küsste und ihn mit falschem Lob übergoss, erhielt man beim Jagen Vorteile. Der Werak war gespalten. Einige heuchelten Ohnekut ihre Treue vor, und der Rest von uns wartete, dass es besser wird. Bis Nukoni. Sie war die Beste und Mutigste von uns. Sie war die, die Stellung bezog. Was ist passiert? Wie habt ihr Nukoni verloren? Sie forderte ihn zu einem Jagdwettkampf heraus. Ohnekut, verdammt! Er war nicht mal halb so gut wie Nukoni. Rate mal, wer wieder ins Lager zurückkehrte. Ohnekut, grinsend wie ein Schnappmaul. Oh, wo ist die kleine Nukoni? Wir spürten Nukoni im Wald auf, fanden sie unweit des Ausgangspunktes. Ihr Genick war gebrochen. Ich will sie nicht so in Erinnerung haben, aber manchmal kann ich nur, nur noch daran denken. Tut mir leid, Tatai. Sie muss dir viel bedeutet haben. Euch allen. Es tut mir leid, was ihr durchgemacht habt. Es ist schön gehört zu werden. Danke, Aloy. Es spielt keine Rolle, okay? Was in Ban Ur passiert ist, liegt dort begraben. Was jetzt zählt, ist, was im Sonnenreich passiert. Da machen die heißen Habichte sich einen Namen. Habe ich recht? Uh, die heißen Habichte? Im Ernst? Geht leicht von der Zunge. Wie erbrochen ist? Also, wohin als nächstes? Westlich von hier ist ein See. Dort finden wir bestimmt einen Schnappmaulzahn. Wir sehen uns dort. Wenn du vorher ankommst, warte beim Lagerfeuer. Wir kommen dann. Wenn ich mich recht entsinne, dann waren wir an diesem See auch schon. Du hörst fast so gut zu, wie du jagst. Ah, geht mir Mühe. Zumindest der gröbste Schnee ist jetzt schon mal wieder weg. Oder der Schneesturm. Das kann ich bestimmt mit gebrauchen. Gibt's denn diesen Hotling noch? Können wir da vielleicht noch intervenieren? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben ihre Entscheidung getroffen. Die wollen wirklich einfach nur weg. Und ihre finanziellen Mittel dafür zur Verfügung haben. So, hier bin ich doch letztes Mal dran vorbeigelaufen. Yellowstone nervt. Servitor sagt, ich kriege Hausarrest, wenn ich die Auswertung nicht abgebe. Okay, gut. Hier bitteschön. Nervrobo. Dieser Ausflug nervt. Yellowstone nervt. Schule nervt. Habe mein Sandwich in irgendein komisches Regenbogenwasser fallen lassen und es hat sich aufgelöst. Irgendwie cool. Aber jetzt bin ich hungrig. Wieso sagen sie immer, dass man den Ausblick genießen soll? Niemandem interessiert das. Zwingt mich nicht dazu, mir langweilige Sachen anzusehen. Bären, Waschbären, Hasen, so viele pelzige Viecher. Die Holo-Übertragung hier ist mies. Konnte das neueste Patch von Goblination erst im Bus laden und habe die Shattered Chasm Challenge verpasst. Man waren die Jungs sauer. Ich hasse Natur. Hier fertig. Viel Spaß. Von Bath from Above. Der typische Schülerausflug. Alles ist doof. Und überhaupt, warum Natur angucken? Ich weiß doch, wie Bäume aussehen. Macht doch keinen Sinn. Aber ja, ich muss gestehen, heute, in weit fortgeschrittenem Alter, da weiß man solche Plätze hier durchaus zu schätzen. Man weiß zu schätzen, wie schön es aussieht, weil man sowas einfach nicht oft sieht. Man weiß die Abgeschiedenheit zu schätzen, die Ruhe vor dem Stress. Es gibt sehr viel Schönes an diesem Eckchen hier. Aber wenn man in diesem Alter ist, so ab 12, 14, 16, 18 und du hast keine Lust auf Abgeschiedenheit. Du hast auch keine Lust auf Ruhe. Du suchst ja genau den Stress. Du suchst die Herausforderung. Und du willst, dass immer irgendwo Action ist. Da kann ich jetzt vollkommen nachvollziehen, dass man junge Menschen, also sehr junge Menschen, jetzt nicht zwingend hier in die Natur schleppen sollte. Auch wenn es natürlich schön ist für die Schüler das zu sehen. Auf eine lehrreiche Art und Weise. Man kann ja auch ein bisschen was darüber erfahren, über die Dinge, die hier passieren. Wie funktioniert so ein Geysir oder warum färbt sich das Wasser so sehr? Das ist dann wahrscheinlich eher der Sinn eines Schulausflugs. Aber Kinder dazu zu zwingen, sich die schöne Landschaft anzugucken, halte ich für kontraproduktiv. Absurd. Also entweder sie haben Bock darauf. Es gibt natürlich auch Kinder, die das gerne machen. Oder sie haben keinen Bock darauf. Wenn sie keinen Bock darauf haben, kann ich das vollkommen nachvollziehen. Keine Spur von ihm. Dann muss ich wohl warten. Irgendwann werden sie dann die Natur doch noch zu schätzen lernen. Ist denn hier vielleicht irgendwo... Da hinten habe ich schon gesehen, ist ein Turm. Ist denn hier vielleicht irgendwo ein Eijörnchen? Nein. Na, gucken wir mal. Ich habe mir langsam Sorgen um euch drei gemacht. Alles in Ordnung? Wir haben die Zeit gebraucht. Nach dem letzten Gespräch mussten wir unsere Gedanken sortieren. Das glaube ich gern. Nur noch eine Jagd. Dann ist eure Schuld beglichen und ihr könnt nach Süden ziehen. Bereit? Jägerin, die sonnigen Schneeschuhe erwarten dein Signal. Hahaha, fürchterlich! Bin echt beeindruckt, Tulemark. Wusste nicht, dass du den Namen Heiße Habicht denn noch übertreffen könntest. Tja, ich fand ihn gut. Lasst uns jagen. Ja. Okay, so schaffen wir uns diesen Osteram vom Hals. Hallo? Oh. Na du. Sind ganz schön viele von euch hier. Ist ein bisschen... Ach nee, warte, mit Einfrieren war da ja nicht viel, ne? Naja, Stärke ist... Frost. Was ist denn da hinten noch unterwegs? Das sind Plünderer. Da sind zwei Türme. Hier sind zwei Türme. Erledige die Maschinen hier im ganzen Gebiet. Toll. Ja, das wird ja ein Spaß. Hier ist aber schon irgendwas explodiert, ne? Das ist nicht das erste Mal, das hier... Hallo? Hören wir mal auf, wenn die schöne Landschaft zu verschwandeln. Ui. In den Wasser feuern macht keinen Sinn, ne? Und weg. Oh, warte mal. Der war gelb, wieso hat er mich doch gesehen? Oh, jetzt habe ich aber... ...alles angelockt. Ach du meine Güte. Das war nicht mein Plan. Ich habe gedacht, tatsächlich, weil der gelb ist, dass der uns deswegen noch nicht gesehen hätte. Oh, okay, dass du hast recht. Der Späer ist mächtig. Huch, wo kommt der denn auf einmal her? Okay, ich sollte den Späer auch nicht überschätzen. Nein, falsch. Seid ihr eigentlich noch am Leben, Leute? Da war nämlich noch einer mit einem blauen Inhaltsstoff. Na ja, gut. Oh, da hinten ist noch immer Party. Alles klar. Da sind drei Türme. Was zum Henkern. Hier können wir uns mal die Zeit nehmen, dass wir überbrücken. Da sind ja andere, die für uns kämpfen gerade. Das ist ein Schlimm. Aber mein Speer ist verlassen. ja ich komme gleich vor wir haben eine forelle umgebracht ich komme sofort aber wenn wir schon mal hier sind ich habe ein bisschen angst dass wenn ich jetzt die das gespräch triggere dass dann die türme wieder neu bevölkert werden mit maschinen das würde ich gerne vermeiden deswegen beseitigen wir die türme gerade mal wo wir schon mal hier sind und der letzte da hinten auch noch eben in der doppelheit sieht das sieht das ein bisschen mehr nach alien architektur aus als nach maschinen aber gut überbrücken beim laden nicht möglich achso adios kleiner kontrolltor und ein weiteres gebiet von bösartigen maschinen befreit ich wow wow ok der weg ist mir ein bisschen zu weit ich habe nicht gedacht dass man da erstmal an der seite komplett hoch muss aber offensichtlich ist dem so weil der wahrscheinlich da oben irgendwo liegt das blaue glanz stück so ich wollte gerade schon sagen seid doch ihr ne warum bin ich denn hier so die ganze zeit an ihnen vorbeigelaufen blau glanz so leute ihr könnt euch auf die reise machen so das ist das letzte teil für burgrind damit seid ihr drei wohl schuldenfrei fürs erste bis urkai was anderes kaputt macht das war nur einmal du wärst eine gute schamanin eloi danke für die hilfe vielleicht treffen wir uns irgendwann im sonnenreich und wenn ihr im sonnenreich seid was dann was tut ihr dort wir jagen wie nur koni es wollte nur koni hatte träume ein werak in dem man sich gegenseitig hilft und aufeinander aufpasst ohne schamanen und häuptlinge kein grund sich die macht gegenseitig zu entreißen hört sich nach viel arbeit an doch es lohnt sich bestimmt und ein schöner tribut für nur koni wir können der werak werden den sie sich wünschte ich kann eure beute jetzt nicht mehr zerlegen meinte ihr drei kommen zurecht ach das sieht nicht so schwer aus wir kommen klar klar er schaut dreimal dabei zu und auf einmal ist er ein schamane wenn ihr in sangesgrund seid sprecht mit burgrind wenn er selbst euch nicht helfen kann kennt er jemanden bestimmt und ich wette dass die einführung was kostet ähm danke eloi wir kriegen das bestimmt hin jetzt heißt es abschied nehmen wie fühlt es sich an die banu hinter euch zu lassen das einzige was ich vermissen würde ist nicht mehr sollen all diese miesen ban ur schleimer erfrieren das geht ein bisschen zu weit urkai oder seltsam was heißt es banuk zu sein wenn ban ur dich aufgibt wie entscheiden wir wer wir sind was ist mit dir eloi was denkst du wer wir sind was bleibt dir von uns in erinnerung was bleibt uns von ihnen in erinnerung dass sie drei streithähne sind die sich nicht auf den namen einigen können ich glaube das ist das prägnanteste was in erinnerung bleibt aber was sie erlitten haben das ist vielleicht ein auslöser aber macht sie nicht aus aber das was sie zusammen erreicht haben und eigentlich auch das wofür sie kämpfen aber seht euch um seit ihr ban ur verlassen habt habt ihr mehr maschinen erlegt als andere in einem jahr zersplitterte herzen stimmt's urkai es war nicht zersplittert aber ihr habt einen donnerkiefer für das herz erlegt das stimmt also blöde idee aber was wenn wir die splitter herzen wären weißt du was mir gefällt das sogar ja ist ziemlich gut danke eloi dass du erkennst wer wir sind gerne doch ich bin froh dass wir dich getroffen haben eloi um ehrlich zu sein ich hätte nicht gedacht dass ich sowas mal sage aber ich bin froh euch getroffen euch getroffen zu haben denn das war eine wirklich interessante reise mit euch und auch hier muss ich wieder feststellen ähm wir haben jetzt drei etwas intensivere gespräche mit den dreien geführt dreimal haben wir mit ihnen geredet und und allein durch diese drei gespräche haben alle drei so viel persönlichkeit gewonnen dass man ihre einzigartigen charakteristika ihre verhaltensweisen ihr ihr wesen ich denke an die sommer sonne wie sie durch die bäume hindurch scheint stell dir das ruhig vor wenn es hilft dass man das einfach merkt dass es nicht einfach nur jemand spricht ist sondern das ist der aufbrausende von den dreien oder das ist die die versucht vernünftig zu sein und das ist der der ein bisschen sanfter ist das ist schon einzigartig ich glaube oder ziege ich glaube so in dem maße habe ich das ansonsten nur mal bei The Witcher 3 wahrgenommen hier steht wieder ein Panzer stimmt das war der Eingang vom ja 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 das war der Eingang vom Damm hier ist noch mehr Blauglanz ich könnte auch einfach so frei sein und da hochgehen aber hier unten ist ja noch mehr Blauglanz warte mal dann wir machen mal eine kurze Tour und holen uns auf dem Weg runter holen wir das ganze mit dann kann ich nämlich vielleicht wenn wir in Sangesgrund sind auch direkt eine Waffe kaufen das wäre ja schön hier schön Da doch hier 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 das ist da hier hier Da wird mir kalt jetzt gerade. Einfach nur wegen der Stimmung hier. Glücklicherweise habe ich die Heizung schon angeschaltet. Und das obwohl der PC mal wieder völlig abdreht. Ja, der tut gerade so, als müsste er hier die Welt berechnen. Obwohl, ja gut, ich gebe zu, es ist ein bisschen was los. Aber das ist eigentlich nichts, wo beide Lüfter komplett auf volle Pulle aufdrehen müssten. Zumal ich den PC vor kurzem auch komplett aufgeschraubt habe. Alles entstaubt habe, alles sauber gemacht habe. Alles kontrolliert habe. Und trotzdem scheint er ein massives Problem mit der Wärmeregulierung zu haben. Und das scheint irgendwie jede Woche schlimmer zu werden. Sprich, es liegt nicht daran, dass ich irgendwas verändert hätte. Sondern irgendwas läuft da gerade schief und ich weiß nicht was. Ich finde es nicht raus. Das ärgert mich. Oh, da oben. Halleluja. Aber ich will natürlich jeglichen Blauglanz eigentlich mitnehmen. Deswegen nehmen wir uns die beiden kleinen Vorkommen, die hier oben noch sind, natürlich auch vor. Am Ende des Tages möchte ich alle Dinge, die wir mit Blauglanz kaufen können, auch mit Blauglanz kaufen. Denn Blauglanz bleibt Blauglanz und Blaugraut bleibt Blaugraut. Blaugraut. So. Den Schamanenweg, den sind wir ja schon mal hochgegangen. Aber es ist trotzdem immer noch wunderschön hier oben. Das ist der Damm. Was passiert, wenn der Damm irgendwann mal aufgrund von struktureller Integritätsprobleme den Geist aufgibt? Also ich meine, der steht jetzt seit tausend Jahren. Wir haben gesehen, der ist innen drin komplett zugewuchert und überwachsen. Das bedeutet aber auch, dass die Natur bereits einen Weg gefunden hat, da reinzukommen. Das wird nicht mehr lange dauern. Also nicht mehr lange im Sinne der Natur, ein paar hundert Jahre oder so, bis sie anfängt, das Ding komplett auseinanderzunehmen. Und dann? Wenn der Damm bricht, wird der komplett da unten alles überfluten. Dafür wiederum andere Dinge freilegen. Ich glaube, ich sehe es schon, oder? Der Kristall ist schade. Ich muss ihn ganz vorsichtig anfassen. Hm. Gut, da komme ich tatsächlich jetzt gerade nicht so einfach hin. Ich muss durch die Höhle und dann... Wirklich? Wo wir schon mal hier oben sind. Wir haben doch Zeit. Möglicherweise müssen wir jetzt nicht mehr die... Oder? Doch müssen wir... Wir müssen trotzdem den Lampen folgen, die uns hier den Weg weisen und den Klang spielen. Wie war das? Schon verlaufen. Ne, hier sagt er hin. Und dann da vorne hin. Ich muss jetzt sagen, wir können einfach der Questmarkierung jetzt folgen, aber so einfach ist es dann doch nicht. Naja. Ich bin so ein Held. Ich habe es geschafft, wieder zurückzulaufen. Großartig. Okay, pass auf. Lampe geht hier hin. Lampe geht da vorne hin. Da muss man auch da oben irgendwo drüber. Da ist ein Klangspiel. Dann bleibt ja gar keine andere Wahl, außer hier weiter zu gehen. In die Sackgasse. In die zweite Sackgasse. Der Weg ist aber schon noch offen. Das ist jetzt nicht so. Hier ist das Klangspiel. Ich muss mal sagen, das ist jetzt nicht so, dass der Weg irgendwie geschlossen wurde, damit man da nicht mehr rüber kann. Wäre ein bisschen doof. Wobei, wir haben ja da unten, äh, da oben unser Lagerfeuer. Könnten wir uns also jederzeit hin teleportieren, aber... Wäre trotzdem doof. So. Jetzt stehen wir hier drin. Da hinten geht es weiter. Ich will doch nur meinen berechtigten Blauglanz-Anteil. Meine Güte. Das war eine Sackgasse. Warte mal, gibt es hier... Nein, es gibt... Es gibt natürlich keine Übersichtskarte. Das wäre auch zu schön gewesen. Eigentlich wäre es einfacher gewesen, wenn ich da oben den... Das Lagerfeuer angepeilt hätte und dann von da aus... An diese Stelle erinnere ich mich noch, wollte ich gerade sagen. Entschuldigung für das... Hektische hin und her gerade. Und dann ging es hier vorne irgendwo weiter. Stimmt, da waren die Pirscher. Die sind bestimmt auch jetzt noch da. Und dann kann man da vorne irgendwo wieder raus. Ich traue mich jetzt einfach. Glaube einfach, dass die Pirscher weg sind. Genau. Hier sind wir richtig. Müssen wir hier eine kleine Kurve drehen. Aber dass ich das beim ersten Mal, als wir hier waren, nicht gleich gesehen habe... Das irritiert mich gerade ein bisschen. Und wo denn da unten? Nein. Hier in diese Richtung. Also da unten irgendwo. Sicher. Oh. Okay. Hallo Dax. Wow, guck mal hier. Als wir runtergefallen sind, hätte ich mich... ...näher umgucken können. Das wäre die Option gewesen. Aber gut. Das da haben wir vor kurzem erst. Ja, die Türme sind natürlich wieder aktiv. Wundert mich nicht. Sobald man weg ist, fangen die wieder an, Unsinn zu machen. Nun gut, nun gut, nun gut, dann lass uns zu diesem Lagerfeuer. Wir holen uns da oben. Wir holen uns da oben. Das blaue Glanz. Die ganze Ecke. Ich wollte gerade sagen, was bewegt sich denn da? Puh. Schauen wir mal hier vorne an. Offensichtlich den Berghügel hier hoch. Ja, genau. Der gute alte Berghügel. Ich brauche Eichhörnchen. Ich sollte vielleicht öfter mal mit dem Fokus die Augen offen halten. Gucken, ob wir irgendwo Eichhörnchen abgreifen können. Hier war jetzt aber nichts, oder? Das heißt, es muss weiter den Berg rauf sein. Alles klar. Wahrscheinlich liegt auch wieder alles relativ nah beisammen. Ich könnte den Blauglanz eintauschen. Könntest du. Dafür musst du ihn aber erst holen. Aber wenn sie sowas sagt, dann liegt die Vermutung nahe, dass wir in der Nähe sind, oder? Ja, das wird nicht der Weg sein. Das wird nicht der Weg sein. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Kann es sein, dass hier irgendwo eine Höhle ist, wo der Blauglanz... ...sich versammelt hat? Wo ist der Blauglanz? Guck mal, geht's da hoch? Geht's hier hoch? Ja, das ist so nah am Berg da oben, dass ich mir fast nur vorstellen kann, dass hier irgendwo... ...ein Höhleneingang oder sowas ist, aber... ...ich seh ihn halt nicht. Oder ich bin blind. Aber guck mal, da oben ist ein Abseilort. Das heißt... ...man kommt da irgendwie rauf. Vermutlich nicht so. Ja. Hier irgendwo wird Kletter... ...eine Klettermöglichkeit sein. Ich seh sie nur nicht, weil plötzlich hier alles weiße Kanten hat. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man bisher immer durch weiße Kanten darauf... ...hingewiesen wurde, dass da ein Kletterort ist. Und plötzlich alles verschneit ist. Ah, gute alte Alpha-Wand. Oh. Gut, ich hab's versucht. Wo ist der Kletterpunkt? Der muss ja auch hier vorne irgendwo in der Nähe sein. Glaube ich zumindest. Ich hüpfe jetzt mal ein bisschen wild gegen diesen... ...Berg in der Hoffnung, dass sie sich... ...irgendwo festhält. Nun. Ich bin mir fast sicher, das war nicht der richtige Weg... ...oder nicht der vorhergesehene Weg. Aber es war ein Weg. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt um den Berg rumgehe... ...ist da vorne irgendwo eine Straße... ...die gut gepflastert hier hinauf führt. Ach, hier. So, so. Da ist aber noch ein Vorkommen... ...ist noch hier irgendwo. Ist es da unten? Sache. Dieses Vorkommen ist da unten. Okay. Dann seilen wir uns ab. Dann gehen wir da unten nochmal schauen. Okay. Das geht ganz schön schnell. Wenn man oben lang gelaufen ist, dann konnte man das tatsächlich auch da unten einfach nicht sehen. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Da ist noch eine Figur. Mehr Blauglanz. Ja, lass uns erst mal zur Burgrend gehen. Wobei, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt... ...zur Burgrend gehe... ...aber da wird ja nicht sofort die... ...die Quest triggern. Ich gehe mal von ein bisschen außerhalb rein. Da wird ja nicht sofort die Quest triggern, dass wir den Anführer des Virax herausfordern müssen. Was passiert als nächstes? Willkommen wir einen Königin? Mein Boss hat letzte Woche wieder eine Karawane an die Maschine verloren. Hat mein Lohn einbehalten. Wieder ein Schande, dass eine Frau Sonnenhabicht der Wisch gewonnen ist. Aber zumindest hat sie damit die Männer ihres Hauses geehrt. Wow. Eine lange Nacht gestern, wenn wir das Baby hatten. Wow. Eichhörnchen? Keine Eichhörnchen. Ich sehe jede Menge Tiere. Aber bloß kein Eichhörnchen. Ich müsste die... ...die... ...verarbeiteten Metallblöcke ganz dringend mal umsetzen. Gucken, ob da vielleicht Eichhörnchen bei rumkommt. Das wäre eine Option. Es ist wirklich einiges los hier. Nun gut. Nun gut. Er zu Burg rennt zurück. Bin auf dem Weg. Man mischt einfach gelb und blau. So bekommt man grün. Warum wissen unsere Nachwuchsfärber so etwas? Also wenn ein Nachwuchsfärber nicht weiß, wie man grün anmischt... ...da würde ich mir weniger Sorgen um den Nachwuchsfärber machen... ...sondern mehr Sorgen darum, dass er nicht ordentlich unterrichtet wurde. Wer hat denn dafür gesorgt, den... ...in seinen Beruf einzuführen? Faudere Aratak heraus. Ja, das machen wir noch. Beide Zeiten. Burgrend, hat sich deine Investition gelohnt? War ganz gut. Danke der Nachfrage. Ey, weißt du, dass die drei verrückten Banuk sich jetzt die Splitterherzen nennen? Tja. Und mit diesen Teilen kann ich jetzt selbst Schulden begleichen. Die sind also nach Süden? Ja, das sind sie. Ich habe einen Freund im Sonnenreich, der O-Tour heißt. Ist mir was schuldig. O-Tour ist ein Maschinenplünderer. Ein ziemlich kompetenter. Also werden sie vom Besten lernen. Oder zumindest vom ziemlich Kompetenten. Naja, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ach, apropos. Hier. Ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Du darfst dich vom Rauch des Donnerdachs nicht ablenken lassen. Und eine außergewöhnliche Belohnungskiste. Das ist schön. Da sollten wir vor allen Dingen auch mal gerade gucken. Ich habe ja wahrscheinlich schon wieder... Ich gehe mal ganz nach hinten. Ich habe wahrscheinlich auch schon wieder diverse Kisten bekommen, die ich nicht aufgemacht habe. Ach. Unerprobte Waffenspule. Wir haben ein paar besondere Waffenspule bekommen. Eichhörnchenhaut. Ist es das, was mir gefehlt hat? Ja. Ne. Hier. Hier. Was sind das? Au. Au. Gut. Sturmschleuder, Munitionsbeutel. Eichhörnchenhaut, Rattenknochen, Rattenhaut, Reinholz. Zack. Fertig. Reinholz, Echo-Hülse, Dachsknochen, reichhaltiges Fleisch. Ist überhaupt kein Problem. Schatzkisten. Reichhaltiges Fleisch. Das haben wir doch in diesen Kisten zur Genüge. Zack. Dachshaut, Eulenknochen. Da sind die Eulenknochen. Waschbärhaut und Reinholz. Zack. Fertig. Fertig. Jetzt strafe mich Lügen, aber warte mal. Es könnte natürlich sein, dass wir noch die anderen Bögen bekommen und da vielleicht auch nochmal Upgrades mit dazu müssen. Das will ich nicht ausschließen, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl. Ich frage mich, welche Geschichte Sekuli wohl oberhalb von Sangesgrund malen wird. Ja, das werden wir rausfinden. Ähm, ich frage mich. Endlich mal jemand, dem ich gern über den Weg laufe. Ob wir noch andere Waffen bekommen. Weil das ist ein Champion-Bogen, Power-Schuss-Bogen. Und der Banuk-Schlechter-Bogen. Das sind alles Bögen, wie wir sie schon kennen. Das heißt, da wird es keine besonderen Munitionsbeutel für geben. Und ob wir nochmal solche Waffen hier bekommen oder andere hiervon, da könnte es natürlich dann trotzdem sein, dass wir noch Dinge brauchen. Ich bin gerade noch ein bisschen unentschlossen, welchen Bogen ich da zuerst kaufen sollte. Ich mache mir darüber mal Gedanken. Aber diese Gedanken mache ich mir zwischen den Folgen. In diesem Sinne bedanke ich mich erst einmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.